Polizei, halb Wache, Schneider, halb drei Uhr. Wie? Was haben Sie? Eine Bombe vor dem Haus? Das ist auch noch eine Überraschung. Nein, wir können jetzt nicht kommen. Es sind schon alle Leute im Bett. Wie rechnest du denn das 7 x 7? Ah, du rechnest zuerst 7 x 10, gibt 70. Weniger die 7 x 3, gibt 21, macht 49. Stimmt schon, stimmt schon, aber das ist alte Schule. Nein, 7 x 7 rechnet man heute ganz anders. Da rechnet man einfach 5 x 10, weniger 1. Oh, jetzt hat das keine Marker mehr zu 1,30. Nur noch 2 Franken Marker. Mach das nicht, wenn es ein bisschen mehr ist. Sieh, was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich frage ja nur, oder? Ich muss das mit 10 Marken lösen. Ich kann 4 wegnehmen. So. 1,30. Nicht am Daumen lutschen. Nicht am Daumen lutschen. Wo warst du denn der Nucki wo? Wo ist jetzt dieser Nucki hingekommen? Hä? Komm, wir nehmen dich einmal etwas heraus. Hä? Ja, nehmen wir doch dich einmal etwas heraus. Ja, ja. Nicht am Wagen halten. Nicht am Wagen festhalten. Lasst doch den Marken... Huren Regler. Mit Musik. Im Januar, im Januar, ist alles tief und starr. In Los Angeles darf ein Mann seine Frau mit einem Lederriemen schlagen, aber nur, wenn er nicht breiter als 5 cm ist. Und was das hätte cha, dass ich finde. Ich habe es sicher.